Rosenköpfchen hat einen mittelgroßen Körper mit einem keilförmigen Schwanz. Diese Vögel haben eine hellrosa Tönung im Gesicht, die sich bis zum Hals erstreckt. Die Farbe kann variieren und einige Exemplare haben eine intensivere rosa Farbe als andere. Körperfedern sind oft grün, während Schwanzfedern meist blau sind. Rosenköpfchen sind für ihre Freundlichkeit und Geselligkeit bekannt. Sie lieben den Umgang mit Menschen und entwickeln oft eine Bindung zu ihren Besitzern. Diese Art ist auch für ihre Fähigkeit bekannt, eine starke emotionale Bindung zu einem anderen Vogel aufzubauen, daher wird oft empfohlen, sie paarweise zu halten. In freier Weltbahn ernährt sich Rosenköpfchen von verschiedenen Arten von Samen, Obst und Gemüse sowie Insekten. Bei der Haustierhaltung ist es wichtig, sie mit einer ausgebogenen Ernährung zu versorgen, die handelsübliches Papageienfutter, frisches Obst und Gemüse sowie gelegentlich Nahrungsergänzungsmittel wie Kalzium umfasst. Diese Papageien stammen aus den Trockengebieten Afrikas, insbesondere Namibia. Bei der Haustierhaltung sollte ihnen ausreichend Platz zum Fliegen geboten werden. Der Käfig sollte mit verschiedenen Spielzeugen und Futternöpfen ausgestattet sein, um den Vogel zu stimulieren. Rosenköpfchen ist bekannt für seine Neigung zur Paarung und zum Familienleben. Werden sie Paarweise gehalten, besteht die Möglichkeit, dass sie sich vermehren. Die Weibchen legen Eier im Nest und beide Partner beteiligen sich an der Fütterung und Pflege der Jungen. Diese Vögel benötigen regelmäßige Pflege und Aufmerksamkeit. Sie brauchen viel Zeit außerhalb des Käfigs, um zu fliegen und ihre Flugfähigkeiten zu üben. Sie lieben auch die Gesellschaft und Interaktion mit ihren Besitzern, daher ist es wichtig, ihnen genügend Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken, damit sie glücklich und gesund bleiben. Bei richtiger Pflege kann der Rosenköpfchen zu einem treuen und lustigen Haustier werden. Es ist wichtig, ihre Bedürfnisse zu ermitteln und ihnen geeignete Bedingungen zu bieten, um ihr Wohlbefinden zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website papago-park.com. Danke für Ihre Aufmerksamkeit!